Das war Kulr, der hatte eine ganze Menge von den Tatschrechern nach dem Ende des Jahres. Und natürlich, Kulr, wenn wir schauen, was passiert ist, werden wir sehen, dass er die Möglichkeit hat, von diesen Jahres, und die Füße und die Tatschrechung, und die Tatschrechung, und die Tatschrechung, und die Tatschrechung, und die Tatschrechung. Ja, im letzten Jahr war ich auch dabei noch. Und ja, es war eine sehr innere Kiste. Und ja, weil Hylia da den Elfmeter verschossen hat, noch kurz vor Schluss. Also, wir waren froh, wenn wir schlussendlich noch die Champions League gewonnen haben. Ja, das war die letzte Jahr, ich war auch ein von den Menschen, die uns auf der Bote, und wir waren in der Hylale, weil Lula der Tatschrechung der Tatschrechung, die sie verletzten, und wir waren sehr froh, aber ich habe mich sehr froh, dass die Tatschrechung der Tatschrechung der Tatschrechung, und wir waren von uns und wir haben die Tatschrechung. Aber es ist natürlich entspannter. Und... Wir haben die Zeit schon immer wieder, in der Tatschrechung ein wenig. Also, es ist schon aufregend hier in Ägypten, also es muss nicht noch mehr aufregend dazu kommen. Wir haben da diese Tatschrechung vor Ping um uns vor allem in dieser Tatschrecherie zu finden. Also, wir haben willkommen ein Problem, לקruten so viel zu tun. Ich hab auf deine可愛igere Tatschrechung. Es war erst dalam Kreuzkons consulted uns vor der Tatschrechung, Herr Köhler vor der Tatschrechung. Es ist auf einmal der Tatschrech, in den Tatschrechungen. Wir haben geguckt, wir haben bisher heel schönes Besuch trage etwas Schwerenas Wir kennen questi Bes��Это … Kamil Ali war auch gegen Samalek im Emirat im Supercup. Wie sind Sie für das Spiel vorbereitet? Ich möchte zuerst das Spiel nochmals anschauen von heute, ich möchte es ein bisschen sacken lassen und dann werde ich natürlich Spiele von Samalek anschauen und versuchen zu analysieren, wie sie spielen und dann für uns natürlich auch die Ideen herauszukitzeln, was wir machen können. Klar, es ist ein Finale, wir wollen versuchen, das Finale zu gewinnen, um den nächsten Titel zu holen. Ich weiß aber auch, dass Samalek da natürlich die gleichen Ideen hat und das auch will. Und ja, ich bin froh, das Stadion voll ist, gute Stimmung und unsere Spiele dann natürlich auch top motiviert sein werden. Ich weiß, dass ich noch ein paar Tage machen kann. Vielen Dank. Es ist ein Druck auf die Spieler und uns, dass sie immer wieder nach neuen Titeln fragen. Und die Spieler haben angefangen, nicht mehr die Titel zu genießen, aber sie haben genug zu genießen, den Titel nach dem anderen. Oder wie sehen Sie das? Ja, das sind natürlich die Fans. Die Fans verlangen natürlich noch viel. Aber entscheidend ist, dass ich als Spieler, dass wir im Trainerteam auch hungrig sind nach Titeln. Weil das ist eigentlich das Schönste. Am Ende gibt es einen Titel, ob es im Pokal ist, dass du Spiele bestreiten musst. Und wenn du dann diesen Titel holst, freuen sich alle extrem. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht mehr freuen. Aber ja, bei Ali ist es so. Ich weiss es auch. Ich will auch immer wieder gewinnen. Es war in der Schweiz auch so als Spieler, dass man Titel holen will. Und klar, die Fans wollen das auch. Aber es wird nicht immer möglich sein. Man kann nicht alle Titel holen. Aber wir versuchen so viele wie möglich mitzunehmen. Wir sollten ihnen, was daran, dass wir die Haare befinden können. Wir brauchen die Haare, die Haare gehört. Wir brauchen die Haare grundsätzlich zu pfeln, bei Miloven. Wir brauchen eine Habe und die Haare, die Haare. Wir brauchen, alskaure unser completed und die Haare wissen, sich die Haare mit den Haaren begrenzelt. Wir müssen alles honnen, dass die Haare beherrs zu tun. Man kann sich alles über diese Haare tun und diese Haare schütteln. Wir brauchen die Haare schütteln. Das ist alles, was daran bewältigt. Das ist die Haare her zu haben. Es muss sehr viel about die Haare mit den Haaren begrenzelt. Und ich bin sehr, die Haare abenteuer. Und das ist auch wichtig. Vielen Dank für's Zuschauen.